Klare Ausgangslage vor gut 800 Zuschauern im Duell der beiden Dorfclubs. Die DJK Filzing hat einen absoluten Lauf, schnappte sich zuletzt sogar in Unterzahl den Sieg gegen Aschaffenburg und steht mit 27 Zählern auf Platz 2. Das genaue Gegenteil bildet aktuell der TSV Buchbach ab. Auch die Installation von Rekordspieler Alex Petrovic als Trainer brachte zum Einstand noch nichts. Trotzdem möchte das Schlusslicht in Rot das bisher mit 4 Punkten äußerst mager ausgestattete Konto unbedingt aufpolstern und setzt auf Kampf, Leidenschaft und den Heimvorteil. Den optisch etwas besseren Start in der SMR Arena legte zwar Filzing hin, doch in der 8 Minuten gelingt den Hausern ein schnörkelloser Angriff. Sami Amari legt in den Lauf von Tobias Staff und der bringt die Kugel an Max Putz vorbei. 1 zu 0 für den Tabellenletzten, so hatte sich Petrovic das sicher vorgestellt. Und weil es zuletzt ein eher seltenes Buchbacher-Glücksgefühl war, schauen wir uns das Ganze nochmal aus anderer Perspektive an. Der DJK tat sich dagegen richtig schwer. Die Oberpfälzer zwar mit der etwas feineren Klinge unterwegs, vorerst aber ohne Präzision. Die Buchbacher Nadelstiche grundsätzlich überschaubar. In der 18. Minute segelt aber dann mal eine Flanke von Benedikt Ort rein. Die Kugel rutscht Amari jedoch über den Scheitel. Im direkten Gegenzug der erste Schuss, korrigiere, Schüsschen aufs Buchbacher Tor und zwar durch Marco Plehn. Und auch in der Folge fehlte den Filzinger Offensivaktionen die gewohnte Klarheit. Man fühlte sich an die schwache erste Hälfte zuletzt gegen Aschaffenburg erinnert. Und weil auch der TSV kaum Aktionen nach vorne hatte, machen wir schnell einen Strich hinter Durchgang 1 und hoffen auf den zweiten. Der begann dann auch furios. Ganz weiter Ball vom Kapitän Christian Kufner. Drei Minuten nach Wiederbeginn in die Spitze dort nimmt Plädel das Leder wunderbar an, dreht sich um die eigene Achse und vollendet auch noch sehenswert der schnelle Ausgleich für Filzing, die ja ohnehin als tolle Comebacker bekannt sind. Buchbach aber keinesfalls konsterniert, sie öffnet nun auch das Visier. Flanke von Ort auf den ziemlich freistehenden Amari, sein Kopfball aber zu zentral und deshalb kein Problem für Puls. Die DJK jetzt aber auch mit mehr Zug zum Tor. Toller Angriff über links, doch in der Mitte rettet Philipp Walter in höchster Not vor dem Einschussbereiten Andreas Jünger. Die erste Viertelstunde nach der Pause jetzt schon mit mehr Highlights als die komplette erste Hälfte. Und es blieb spannend, denn vor allem die Oberbayern feuerten nun aus allen Rohren Samet Baha mit einer schönen Direktabnahme, die saust nur knapp links vorbei. Die Gastgeber in dieser Phase drauf und dran erneut in Führung zu gehen, unter anderem Ort findet aber in Putz seinen Meister erneut das Ding einfach zu zentral. Doch so ab der 70. Minute erhöhten dann auch die Oberpfälzer wieder die Schlagzahl. Vorerst fehlte es aber am finalen Pass oder wie hier am Abschluss. Doch dann die 84. Minute. Martin Tiefenbrunner wird auf links bedient. Ball wird in der Mitte abgefälscht und fällt Pledl auf den Schlappen und der haut ihn kompromisslos rein. Der Niederbayer Pledl wird beim Duell Oberbayern gegen Oberpfalz also zum Helden. Denn Buchbach fand keine Antwort mehr. Die DJK fährt damit den nächsten Comeback-Sieg ein. Der Gegner hat es gut gemacht. Ohne Zweifel sind sehr aggressiv, ohne unfair zu sein, zu Werke gegangen. Wir haben uns beeindrucken lassen. Noch dazu haben wir nach vorne einfach nicht gut Fußball gespielt. Zweite Halbzeit haben wir dann ein anderes Gesicht gezeigt. Das war ähnlich wie in der letzten Woche gegen Aschaffenburg. Deswegen sind wir jetzt glücklich über die drei Punkte. Aber ich bin jetzt nicht absolut aus dem Häuschen, weil mich die erste Halbzeit schon stört. Ich glaube, wir gehen verdient mit 1-0 in die Pause, kassieren dann relativ einfach das 1-1. Ja, der Spielverlauf gegen uns. Aber ich habe es den Jungs hier gesagt, wir stehen wieder auf und wir machen wieder weiter. Weil eine andere Option haben wir eh nicht. Das sind meine Jungs. Das sind für mich die besten Jungs der Welt. Und mit dem mache ich weiter. Die DJK Vilsing setzt ihren Lauf mit dem 10. Sieg im 12. Saisonspiel fort und bleibt Spitzenreiter Würzburg auf den Fersen. Der TSV Buchbach bleibt dagegen nach einer zwar engagierten, aber glücklosen Vorstellung letzter.